Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Spelunky und heute startet die Operation Goldener Schlüssel und vermutlich auch das letzte Ziel, welches wir wirklich erreichen hier bei Spelunky, dass wir die Eishöhlen freigelegt haben, denn ob wir hier diesen komischen goldenen Schlüssel finden für den Tunnel, Mann? Wow, was mache ich denn hier für ein Quark? Ja, geht schon gut los. Das sei mal dahingestellt, ich glaube nämlich nicht, dass ich diesen Schlüssel finde, ich weiß nämlich nicht einmal, wo ich diesen Schlüssel finde. Es gibt hier natürlich Schlüssel, die teilweise rumliegen, womit man diese Kisten aufmachen kann bzw. diese Truhen, aber ob das dieser Schlüssel ist denn der meins, der Tunnel, Mann, da habe ich absolut keine Ahnung, ob dem so ist und selbst wenn, wie soll ich das denn bitte schön schaffen, da sich den kompletten, dass ich den Schlüssel, den kompletten Weg hier von den Minen bis zum Dschungel, durch den Dschungel, durch die Eishöhlen bis hin zum Tunnel, Mann, Tragen. Ich glaube, das ist unmöglich und das hat noch nie ein Spieler vor mir geschafft und ich werde es dann wohl auch nicht schaffen. schon gar nicht mit solchen blöden Fledermäusen hier, die mich natürlich immer wieder erwischen, natürlich. Ja, goldener Schlüssel, hm, wo finde ich den? Das hat er natürlich nicht gesagt. Ja gut, er hat natürlich gesagt, äh, findest du in den Minen, bring ihn mir bitte. Aber irgendwie ist das nicht der Hinweis. Hier, diese Truhe meine ich, die kriegt man normalerweise, haha, nur mit dem Schlüssel auf. Ja, normalerweise halt, da ist der Ausgang, ja, da ist, ähm, eine Falle, müssen wir das mal anders machen, spinne ich mal hier hoch, so, ah, die hat mich nicht gesehen, die Falle, gut, die hat schon geschossen anscheinend, sonst wird der Fall ja nicht hier liegen. Ja gut, ich sehe ja keinen goldenen Schlüssel, aber ich kann mich einmal hier durchbomben, dann nehmen wir noch die junge Dame mit. Vielleicht, ah, nein, was mache ich denn für'n Quark, haha, jetzt aber keine Bomben mehr, super, vielleicht kriegt man diesen, äh, Schlüssel, den goldenen Schlüssel auch in den Shops, auch das weiß ich nicht, ah, irgendwie läuft das so gar nicht gut, ähm, wird man die Frau jetzt gar nicht retten brauchen, dass man sich jetzt gerade nochmal die Fledermaus erwischt hat. Vielleicht kriegt man den goldenen Schlüssel, wie gesagt, auch in den Shops, die man kaufen kann, aufgefallen ist es mir bisher noch nicht. Ich hab noch nie drauf geachtet, goldener Schlüssel, hm, ja, toll. Tja, wo könnte man den wohl kriegen? Goldener Schlüssel. Viel Gold sammle ich schon mal ein hier, das ist natürlich schon mal einiges wert, falls wir mal einen Shop finden. Oh, hier komme ich jetzt gar nicht durch, weil ich keine Bomben mehr habe, sehe ich das richtig? ähm, das heißt, ich kann Selbstmord begehen. Ja, ich komme hier, doch, da komme ich runter. Na, dann wollen wir mal sehen. Goldener Schlüssel. Also, wenn ihr einen goldenen Schlüssel seht, dann schreit. Dacht, ey, da ist er! Schnapp ihn dir und dann nichts wie auf durch die Eishöhlen. Natürlich, durch die Eishöhlen. Umgeschadet. Naja. Ich hör schon mal an die Frau schreien. Das ist eigentlich immer gut, aber da komme ich nicht runter. Ich habe nämlich keine Bomben mehr. Muss ich vielleicht mal einen anderen Weg versuchen? Hier rum? Wah! Das scheint es auch nicht zu sein. Oder? Ne, komme ich nicht hin. Ich werde ein verrückter Händler. Der denkt wieder, dass ich, äh, ja toll. Hahaha. Ähm. Schrotflinte. 15.000. Und Bomben. Wir kaufen die Bomben. Wir kaufen die Schrotflinte. Da ist der Ausgang. Also, hier gab es schon mal keinen Schlüssel zu kaufen. Bei dem Herrn. Jetzt haben wir nur noch, ähm. Zwei Abschnitte nur noch in der Min. Das kann natürlich sein, dass der Schlüssel wieder so kryptisch versteckt ist. Wie zum Beispiel. Wie. Haha. Wie zum Beispiel die Schrotflinte. Wollte ich gerade sagen. Ja, äh. Super. Da haben wir jetzt den goldenen Schlüssel. Hoffentlich kann ich den so einsammeln. Und den kann ich natürlich nicht einsammeln. Oh, was mache ich denn wieder für ein Quark? Okay. Ich will doch nur die Schrotflinte ablegen. So, bitteschön. So, und jetzt kann ich mit dem Schlüssel versuchen. Ähm. Fall da runter. Du sollst da runterfallen. Boah. Okay. Ich wollte den Schlüssel hier runterschmeißen, damit er die Falle auslöst. Aber jetzt habe ich selber die Falle ausgelöst. Gut. Jetzt muss ich auf jeden Fall mit dem Schlüssel komplett durch die Eishöhlen durch. Und durch den Dschungel. Und hast du nicht gesehen. Irgendwie will der mich ver- Kackeiern, der Schlüssel. So. Was erwartet mich denn da unten? Schaffe ich das? Dann kann ich glaube ich runterfallen, oder? Ja. Gut. Wir haben den Schlüssel. Aber ist natürlich jetzt auch gar kein weiter Weg mehr. Nein, nein, nein. So. Praktisch sind wir schon da. Heieiei. Das war knapp. So. Ich bräuchte mal bitte den Ausgang. Ich sehe auch. Ah. Nee, 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 nee. So. Pada. Das war knapp. Okay. Da ist der Ausgang. Gut. Ha. Das war knapp. Mal ernsthaft. Mal ernsthaft. Den ganzen Weg jetzt noch durch hier. Zum letzten Minenabschnitt. Dann komplett durch den Dschungel. Und boah. Also das finde ich schon ein bisschen, ähm, schwierig, möchte ich mal sagen. Auf die Gefahr hin jetzt ins ganze Kroppzeug, was hier rumfliegt und kreucht und fleucht, wie die Schlange hier zum Beispiel. So. So. Ah. Das ist schon eine harte Aufgabe. Achtung. Spinne. Machen wir das halt so. Ich habe nur noch einen Hitpunkt. Das ist natürlich auch nicht sehr gut. Gut. Das klappt soweit. Könnte ich natürlich versuchen, die Frau zu befreien. Das wird mir wieder einen Hitpunkt dazugeben. Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich wüsste, wo der Ausgang ist. Da ist er. Das muss ich ausprobieren. Ich lege mal den Schlüssel hier ab. Nimm mal den Stein. Löst damit die Falle aus. Hoffentlich. Gut. Dann können wir ihn ausprobieren. jetzt versuchen, die Olle zu befreien. Äh. Ich meine natürlich die junge Dame. Fall da runter, Kiste. Ah. Nichts passiert. Gut. So. Warum lege ich denn heute immer eine Bombe? Bin ich denn wahnsinnig? So. Ich hab's echt nicht alle. Da werden alle Bomben verbraucht. Gut. Jetzt haben wir aber den Schlüssel. Hier gibt's ein Bombenpaket. Das werd ich mir mal kaufen. Ah. Das kann ich mir grad noch so eben leisten. Zwölf neue Bomben dazu. Sehr gut. Na, verdammt. Mein letztes Seil verbrauchen. Na gut. Und was mach ich? Was mach ich? Kann mir das mal einer sagen? Was mach ich? Warum lege ich Bomben? Bin doch gar kein Bombenleger. Ah. Na gut. Immerhin haben wir schon mal die Minen geschafft. Und einen Hitpoint dazu bekommen. Sehr gut. Oh Gott. Jetzt durch den ganzen Dschungel und durch den... Das ist unmöglich. Unmöglich, liebe Zuschauer. Kann man gar nicht schaffen. Immer schön vorsichtig und bedächtig. Hier ins Wasser kann ich reinfallen. Hier ist auch nichts drin. Ah. Okay. Okay. So sollte die Bombe auffallen. Hoffentlich hab ich jetzt mal mit den Ausgängen ein bisschen Glück. Machen wir das anders. Legen wir die Bombe mal hier hin. Ah. Oh. Lianen. Ohohoho. Ich hasse Lianen und Affen. Verdammt. Jetzt hab ich mich jetzt abseits manövriert oder? Okay. Bomben wir uns hier durch. Schön vorsichtig. Ich sehe nämlich den Ausgang. So. Puh, okay. Machen wir es ja bald. Wieder nur noch, glaube ich, 48 Level-Abschnitte. Okay, Abschnitt Nummer 2. Nehmen wir das Gold ein bisschen mit. Wir müssen mal die Chance dazu haben. Ich brauche Seile. Unbedingt brauche ich Seile. Vorsichtig. Ah, wieder so einer von diesen blauen Fröschen. Ich hasse die Dinger. Dann komme ich auch nicht runter ohne Fallschaden, oder? Bomben wir uns den Weg mal wieder durch. Oh, Mann. Ich habe schon wieder zitternde Hände. Hier ist wieder eine Dame, die könnten wir retten. Komm, spring du mal gern genau, genau. In die Falle rein. Weg mit dir. Gut. So weit, so gut. Wie komme ich da runter? Da ist der Ausgang. Okay. Hoffentlich ist das auch der goldene Schlüssel. Ich stelle mir das gerade so schön vor. Komme ich gleich wirklich beim Zunnenmann an. Yeah, hey, hier. Drei Level geschafft. Unglaublich. Und dann sagtest du mir, nee, das ist ja der gelbene Schlüssel. Ich wollte den goldenen. Geh nochmal zurück. Ich glaube, dann brauche ich einen neuen Monitor. Ah, gefährlich. Der Typ ist schon wieder da. Fallen und... Kann ich mir das erlauben, eine Bombe zu schmeißen? Ich warte einfach ab, bis der vor mir steht. So. Also das meinte ich mit vor mir stehen. Ja, muss nur genug kaputt schlagen. Denn so kann man durch die Fallen durchlaufen. Das funktioniert, aber man darf bloß nicht reinschmeißen. Äh, reinfallen. Reinschmeißen sollte man auch nicht. Okay, die Pflanze da, die kann ich nicht kaputt machen. Die kann mich höchstens fressen. Oh, nee. So sollte es nicht. Aber na gut. Kein Problem. Den Typ hier können wir kaufen. Der wird vorweg rennen. Den Gang, den wir laufen. Den Weg, den wir laufen. Und wird alle kaputt schlagen. Okay. Mal gucken. Blauer Frosch. Urwaldmensch. Und da oben eine Fledermaus. Oha, das war knapp. Timing ist manchmal alles. Ja, toll. Ja, toll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich denn hier durchkommen ohne Licht? Ah. Jetzt bräuchte ich die Schrotflinze. Hab ich nicht. Okay. Komm her. Komm her, du Mistvieh. Ich weiß nicht, wer du bist und was du bist. Aber ich mach die platt. Uah, nee. So, voll Hitpoints. Mein goldener Schlüssel ist weg. Ich weiß aber nicht, wo ich hinfalle, wenn ich da runterfalle. Das ist das Problem. Ich hätte mal gerne den Schlüssel wieder. Da hab ich ihn. Okay, tust du mir was? Äh. Äh. Oh ne, das gibt Geld. Sehr schön. Boah, wo ist der Ausgang? Verdammte. 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 Halt. Hier will ich nicht entlang. Boah. Nein. An der Kante hängen geblieben. Naja. Die Luft war um ein vielfaches Kälter. Ich war fast im nächsten Bereich. Ja, allerdings. Naja gut, es ist wohl doch möglich, wenn man diesen Schlüssel erstmal findet. Es liegt im Bereich des Möglichen, das zu schaffen, sagen wir es mal so. Beim nächsten Mal probieren wir es nochmal. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.